Das ist ein Fitnessprogramm, wenn man eine Kurzhantel hat, dann kann man noch 5 Minuten Schatten boxen und jetzt 15 Kilo Kurzhantel roten. Weil ich habe ja allein gehandelt, dann gehts, dann gehts. Am besten macht man es halt so, oder nicht? Ja, die kings, alle. Ja, die kings. Was? Dann 5 Minuten Schatten boxen, täglich. Wenn man eine Kurzhantel hat, eine Langhantel ist natürlich immer besser. Da kann man professionell wie in so einem Fitnessstudio, manche 60, manche 100 oder strongman's 400. Motherfucker.